Willkommen zurück meine Freunde, ich bin's wieder euer Fear4Fun und willkommen zurück zu Dead Rising Dry. Die Dry, die ist... oh, wenn die geht, hallo. BaaAAA-Aa-Aa Eh, ich muss nochmal gucken, ob ich da irgendwie hochkomm. Oh Davos Oh 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 Okay Yo Undriga man im T-Shirt-Laden Beobachtet die Zombies Mich wundern echt nichts Hmm Ja 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 Ich gehe einfach mal dahin Schauen ob ich die Situation irgendwie sichern kann Aber Ich glaube ich falle lieber mit Gabo Schatter So Leute Wollen wir noch mal ein bisschen aufräumen So Leute, dann wollen wir noch mal ein bisschen aufräumen Tut mir leid Entschuldigung Ja Sorry Oh Oh Tut mir leid, die Wand ist leider Oh 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 Hey Nick Der Großen will aber ein Weg wachsen Sunset noch jemand Oh Boaaah Oh nein! Bilder hoch! Boah! Da wird es ein bisschen eng. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe das schon mal. Ja, ja, ja. Ich habe das nicht. Oh 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 Was für so ein klettert da da hoch? Hm Mysteriös Streitachs Scheiße Cool Na ja egal Ich geh jetzt mal weiter da Hallo Oh 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 Der fließt schon für einen Helden. Macht der denn da? Ich hab wieder einen Wackelkontakt. Ich bin mir nicht so sicher. Tada, sieht schon gut aus. Oh, falsche Platte. So. Massaker hier, ey. Spiel speichern auf dem Pod. Alles klar. Müsli. Yeah. Was ist das denn? Oh, sie sind alle tot. Das tut mir leid, Freunde. Doch leider kann ich nicht jeden rennen. Juhu. Hallo, Freunde. Ey, ihr Affen. Und er läuft, und läuft, und läuft. Oh, okay, okay, okay. Alter, schuss. Ey, Junge, da muss so rüber. I believe I can't... Oh. Ein Power Megacom. Maps sind denn. Ja, klar. So, wie ist der Weg hier? Die Stadt geht in Bach runter. Oh, man. Ja! Das muss so sein. Ja, das muss so sein. Wieso muss er treffen, ey? Ein Power-Megafon. Passen wir so ein bisschen auf Fingymaier? Da willst du das manchmal nicht. Wie gesagt Leute, die wird ja heute operiert. Die wurde kastriert. Unsere Mezi. Und die hatte jetzt halt eine Wunde. Die darf sich da halt nicht... Ja. Bis jetzt mal echt decken. Ah! Mein Gott! Was ist das denn da? Na all die ey! Haha! Verdammend saffn ey! Was? Was habt ihr gesagt? Ah Schlauze! Tsch! Hahaha! Voll der Ding runter geworfen da ey! Oh! Was? Oh Mann! Das war's nicht. Das war's nicht. Oh Gott. Da war's nicht hoch. Oh Gott. Oh Mann! Oh Mann! Was? Oh Mann! Oh Mann! Ah Mann! Oh, Gott. 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 Oh, Gott.